Meinem nächsten Gast bin ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich nahe gekommen. Und obwohl wir uns vor ein paar Jahren auf der Wetten-dass-Couch getroffen haben sozusagen, da saß aber auch noch Kaldal als Anstandswarwo zwischen uns. Ja, es ist vielleicht auch gut so, denn ehrlich gesagt, ich konnte mich sowieso kaum zurückhalten. So anziehend finde ich diesen Mann. Ich finde ihn wahnsinnig sexy, das muss ich leider an dieser Stelle sagen. Ja, er ist aber auch trotzdem ein sehr bescheidener Mann, denn er hat diese erotische, animalische Männlichkeit, die er ausstrahlt. Und sagt trotzdem von sich selbst, er gehört zwar nicht zu den zehn erotischsten Männern Deutschlands, aber mit Platz 11 könnte er eigentlich ganz gut leben. Also ich finde, er gehört definitiv auf Platz 1 der witzigsten Männer Deutschlands. Hier ist Comedy-Superstar Olaf Schubert. Olaf, dass ich dir jetzt heute so nahe komme, endlich. Nicht Kaldal zwischen uns, sondern... Nur wir. Ja, nur wir. Kaum jemand da. Ja, wir sind ganz unter uns heute. Ja, du hast mich angerufen und hast um ein paar Tipps gebeten, weil du hast so ein bisschen Probleme mit den Frauen, habe ich. Oder ist das... Also du hast zumindest angedeutet, dass ich dir helfen könnte. Ich habe keine Probleme mit Frauen. Die Frauen haben Probleme mit mir. So rum muss man es sehen. So ist es richtig. Ja, dann komm, lass uns reden. Wir haben uns in einem Restaurant verabredet, dann machen wir das jetzt auch. Also für mich ja mein Date jetzt heute Abend. Ich habe übrigens auch viele andere angerufen, aber du warst die Einzige, die rangegangen ist. Ja. Ja, muss ich sagen. Ein guter Mensch, ne, hat vielleicht auch die meiste Zeit. Was ist los? Du hast irgendwie Beziehungsstress. Hat sich Carola getrennt von dir? Nein, also getrennt hat sie es nicht. Sie hat einfach gesagt... Ich lieb' dich überhaupt nicht mehr. Oh je. Das ist aus, vorbei und lange her. Das ist schwer, weißt du. Oh je. Ja, du Armer. Ja. Ja, ich fühl' schon... Ich kann dich spüren. Ich fühl' dich. Ja. Doch du kämpfst dich durch die Nacht. Hast keine Ahnung, was sie mit dir macht. Du kriegst sie nicht aus deinem Kopf. Und dabei musst du drauf. Ich muss unbedingt, denn wenn wir uns streiten, geht's wirklich zur Sache. Weißt du? Dazu kommt, Carola ist ja viel stärker als ich. Körperlich. Also sie ist so ein Typ, Frau, so Marke Bud Spencer. Also schon... Oh. Ja. Und also ich bin bei uns so Hübschere, aber ich bin eben nicht so ein Hühner, weißt du. Ich bin ja eher so ein kleiner Hühner, also so ein Hühnchen. Und wenn wir uns streiten, dann wünsche ich mir immer nur, also ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Und ich habe ja gehört, dass Versöhnungssex, also nach so einem Streit, soll ja ganz toll sein. Ja, ja. Und Carola und ich, wir haben uns jetzt wirklich sieben Jahre nur gestritten. Ja. Ja, also theoretisch... Ja, da geht's ab, du. Ja, es ging ja auch ab. Es gab Versöhnungssex, aber halt ohne mich, weißt du. Und das ist ja nicht optimal. Es ist schon schwer. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nause Spitze trofft? Ach Mensch, du Armer. Ich bin schon geknickt, denn es begann ja wirklich so toll. Ja. Sie hatte krasse, gar keine Frage. Ich bin in ihr Dekolltier. Und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Und jetzt, jetzt hat sie einen anderen. Okay, ganz klar. Sie liebt dich nicht. Sie liebt dich einfach nicht. Sie liebt dich nicht. Das ist ja okay. Aber das Schlimme ist, also... Sie liebt den DJ. Oh Gott, nein. Sie liebt den DJ. Da kann man ihr nicht helfen. Und sie tanzt jede Nacht und träumt sich mit ihm fort. Das ist Jauche. Ja, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, schau dich doch mal an. Du hast doch alles, was sich eine Frau wünscht. Du bist eine Sex-Bomb, Sex-Bomb. You're my Sex-Bomb. And baby, you can turn me on. Ja. Ja. Also das ist sachlich wirklich richtig. Das wird viel zu selten festgestellt. Ja. Und ich meine, wozu soll ich dann jetzt so an eine Frau wie Carola hinterher rennen, sag ich mal, wenn nicht jemanden haben könnte wie... Wie heißt du? Äh... Helene. Ja? Also eins steht wirklich fest. Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heut Nacht nicht rein. Ohne dich komm ich heut nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Wow, da fühl ich mich aber schon ein bisschen geschmeichelt jetzt. Zurecht. Ja, ja. Sag mal, spürst du das auch? Gefühle außer nah. In meinem Kopf ist eine Aftermath. Ja, ich merk da was. Aber, äh, wirklich, lass uns sachlich bleiben. Äh, ich glaube, wir sind zu unterschiedlich. Weißt du? Der ganze Erfolg, die ganzen Fans, der ganze Ruhm, der ganze Reichtum. Und ich bin mir sicher, irgendwann bekommst du neben mir Minderwertigkeitskomplexe. Weißt du? Und ja, dann muss man auch mal sagen, nein, ich mach Schluss. Oh, Olaf, das trifft mich wirklich hart, weißt du das? Ja. Ich mach für dich das Licht an, wenn's mir zu hell ist. Ich schau mir Bälls an, die ich nicht mag. Ich geh mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal, hauptsache du bist da. Ich weiß, das zu schätzen, das ist wirklich sehr ehrenwert. Aber sieh's mal so, du, du lernst einen neuen kennen, jetzt nicht gleich einen Typen wie mich. Aber, äh, der kommt vielleicht nicht gleich, nicht sofort, aber ich bin mir sicher. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Steht er vor der Tür. Na gut. Ja, okay. Sorg dich nicht um mich Ich weiß, ich liebe das Leben Und weine ich Manchmal auch um dich Das geht vorüber sicher nicht Ich mach mir ja vor allem Sorgen um mich. Ja, die kann ich jetzt auch gebrauchen. Und wir müssen's ja nicht in die Länge ziehen. Weißt du, meine, meine Oma, also die eine, ich hab ja zwei, äh, Omen. Ähm, und meine Oma, äh, väterlicherseits, weißt du, Oma Manfred, die hat immer gesagt, Wenn man sich trennt, dann macht man keine großen Worte, sondern bei uns im Erzgebirge, wir sagen wirklich ganz kurz und knapp Time to say goodbye Ciao bellissima Oh 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 h severity Aber guida Ich frage mich Mach dich echt ja Gott sei Dank haben wir das jetzt auch geklärt. Ich danke dir, mein Lieber. Viel Erfolg dir für alles. Entschuldigung.